Eine sehr große Bedeutung. Stellvertretend für HPE ist es mir natürlich eine Ehre, diesen Server- und Hyperconverged Award entgegenzunehmen. Freude uns riesig. Ich möchte mich an der Stelle ganz außerordentlich bei den über 2.300 befragten Partnern bedanken, auch bei der Firma Context, die entsprechend diese Umfrage gemanagt und gesteuert hat. Ich kann mich erinnern, 2020 war der letzte Award, den wir gewonnen haben in dem Umfeld. Von daher, wir hatten also zwei, drei sehr schwierige, herausfordernde Jahre. Wir bemühen uns täglich besser zu werden, der bessere Partner für unsere Partner, für die Channel Partner zu sein. Es ist uns dieses Jahr sehr gut gelungen und wir arbeiten daran, dass es auch nächstes Jahr ähnlich weitergeht. zum nächsten Mal.